Vielen Dank. Wir bedanken uns recht herzlich bei Norbert Weikert. 100 Euro für den DBS. Herzlichen Dank. Karl-Heinz Schützmann von der Interessen-Idee Frau Dorsfelder Vereine als Kassenwart hat uns 250 Euro mitgebracht. Herzlichen Glückwunsch. Und die Kuchenspende heute hat die Firma Feldkamp geschniftet. Hombor Marktplatz ist das Geschäft. Firma Feldkamp. Herzlichen Dank dafür. Lieber Druckssportfreunde, es ist Pflicht. Der Doktor muss einen Boxer verarztet. Es geht gleich sofort weiter. Danke. Liebe Druckssportfreunde, wir haben heute hier zu Gast den Kulturmanager Horst-Anke Lindemann. Er hat am 18. April den Stammtisch besucht und zwar zu unserem Ehrengast. Nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute weiterhin für dein Management. Steh doch mal rauf, komm. Steh doch mal rauf, komm. Steh doch mal rauf. Applaus Im Dritten Kampf stehen sich gegenüber rote Ecke Deitwerk Dominik. Applaus Gegen blauer Ecke kniert den Dorian Hopsport-Klubb-Azberg. Applaus 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 Das war's, Daniels. Das war's, Daniels. Das war's, Daniels. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020